ja ja Also den Leuten helfen und seine Vorteile. So, du bist schon ziemlich müde. Das heißt, du wirst da was essen, hoffe ich mal noch. Ich pennen legen und dann können wir unbehelligt an den ganzen Wachen hier vorbeimarschieren. Ja, die Pokémonters, mit denen brauchen wir nicht unbedingt Handeln betreiben. Ja. Ich hoffe mal, dass der Schamane uns auch gleich hilft und wir nicht noch irgendwas anderes machen müssen. Ja. Also ja, wir kommen ruhig an ihnen vorbei. Das ist gut. Ja, hier steht nochmal eine ganze Gruppe an Wächtern. Ja, da unten auch. Okay. Da hätte ich doch mehr Kampfkraft gebraucht. To the mysterious cave. Okay. Ernsthaft? Yay, Mission erfüllt. Wir hatten es geschafft. Endlich standen wir vor dem Eingang zur Höhle des Schamanen, von dem wir uns eine Antwort auf unsere Fragen erhofften. Es war ein düsteres Loch im Fels, wie ein gähnendes Maul, das geradewegs in den Schlund Utgards hinunterzuführen schien. Aber wir mussten es wagen, wollten wir mehr über unseren rätselhaften Gegner erfahren. Wir beschlossen uns aufzuteilen. Sollte der ersten Gruppe, welcher ich mich anschloss, etwas geschehen, sollte die zweite Gruppe uns folgen und unsere Mission zu Ende führen. Bevor wir in den finsteren Schlund stiegen, blickte ich ein letztes Mal hinauf zum blauen Himmel. Würden wir die Sonne je wiedersehen? Okay. Das heißt, wir beenden diese Mission. Landen natürlich wieder im Hauptmenü. Also, die Rache des Regengottes. Die Höhle der Offenbarung findet den weißen Schamanen. Das ist mal ein langer Missionsname. Durch den geheimen Eingang im Felsen stieg ich nun, gefolgt von einigen unserer mutigsten Krieger, tiefer und tiefer in das unterirdische Reich des Schamanen hinab. Bedrückende Dunkelheit umfing uns zugleich, nur spärlich erhellt durch vereinzelte Pechfackeln, deren beißender Rauch in unseren Augen brannte. Kaum hatten wir die ersten Schritte getan, als mit ohrenbetäubendem Geschrei ein riesiges, wild flatterndes Etwas an uns vorbeirauschte und durch den Ausgang entschwand. Angst blitzte in den Augen der altgedienten Kämpfer auf, und auch mir blieb das Herz fast stehen, bevor wir bemerkten, dass es bloß ein Schwarm Fledermäuse gewesen war, wie wir sie aus unserer alten Heimat noch kannten. Ich schaute mich verunsichert um in dem unwegsamen Labyrinth, in dem jeder Gang aussah wie der Nächste. Selbst wenn wir den Weg zu dem weisen Mann fanden, woher sollten wir etwas zu essen bekommen? Unsere Vorratsbeutel waren leer, sodass wir nur darauf hoffen konnten, in diesen dunklen Gewölben etwas Nahhaftes zu finden. Und da waren dann ja auch noch die Diener der Dunkelheit, vor denen uns die Wächter gewarnt hatten. Mir war es, als würde eine kalte Faust mein Herz umklammern. Finde er den Weg durch das unterirdische Labyrinth des Medizinmannes. Finde den weisen Schamanen. Gut, okay. Ja, Nahrungsknappheit. Also ich kann wieder normal sprechen, ohne zu übersteuern. Wir haben jetzt diesmal nur Kriege... Eine Kriechmission in Kaltschoss. Okay. Äh... Ja. Jawel? Muss ich gucken, wer alles Nahrung braucht. Dass die was essen, bevor wir da runter gehen. Jawel? Ja. Also ja, für diejenigen, die den Begriff Kriechmission nicht kennen. Eine Kriechmission bei Warcraft unter anderem sehr beliebt. Das sind Missionen, in denen man keine Basis hat, sondern nur mit einer gewissen Anzahl an Leuten startet. Und halt gucken muss, dass man mit denen die Mission schafft. Können ja auch hier gucken. Stimmt. Äh... Nein. Dich da. Du solltest noch einmal was essen. Und dann sieht es eigentlich bei allen ganz okay aus mit der Nahrung. So, das heißt, wir machen hier unseren ersten Save. Ich werde mehrere Saves diesmal brauchen für die Mission. Und ja, es gibt unterschiedliche Arten, solche Kriechmissionen zu spielen. Es gibt Leute, die teilen ihre Leute einfach auf, um alles Mögliche zu erkunden. Dann zu merken, wo sie falsch abgebogen sind, neu zu laden und dann einen anderen Weg zu gehen. Ja, aber vielleicht, wenn wir den Fackeln voll, kommen wir an. Oder haben Glück und finden zwischendurch noch was zu essen. So, wie hier. Hier wird's grünlich. Hier sind tatsächlich Bärenbüsche. Ja, will. Sollten wir jeden hier einmal essen lassen? Ja. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das unser größtes Problem sein wird. Die Leute mit Nahrung zu versorgen. Ja. Das kann auch sein, dass wir ab und zu mal zurückkommen müssen an solche Orte, um was zu essen. Sicher bin ich mir jedoch nicht. Ich hoffe es mal jedenfalls nicht. Also ja, dann machen wir mal einen zweiten Spielstand gleich. Was ist Björni überhaupt dabei? Nee, nicht wirklich. Äh. Ja. Nee, das sieht so aus, als ob's die falsche Richtung wäre. Also gehen wir hier lang. Ja. 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 Ich möchte nicht in der Haut der Wikinger stecken, weil ich habe wenigstens Übersicht über die Höhle. Die Wikinger würden hier herumirren. Wenn ich sie nicht führen würde. Okay, zwei Fackeln. Das könnte jetzt was Gutes, aber auch was Schlechtes bedeuten. Also, dass ich vielleicht hier hätte unten lang gehen können. Oh, grün. Grün ist gut. Das heißt, da gibt's wieder Nahrung. Oder aber das Grün hier ist ne Finte und hier gibt's keine Nahrung. Und ich laufe. Wahrscheinlich falsch. Ja. Sieht irgendwie fast danach aus. Ja. Ja. Nein, hier gibt's Nahrung. Gut. Ja. 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 Bist du feindlich? Ja, du bist feindlich. Ja. 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 Was ich gerne hätte, wäre ein Geht-Essen-Befehl. Also für alle. Kann ich aber mal kurz in der Tastatur-Belegung gucken. Sind Soldaten selektiert?